Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist und die Wahrheit herausfinden willst. Heute ist wieder ein ganz besonderer und von mir hoch geschätzter Mensch bei mir. Er ist Schweizer Historiker, Friedensforscher und Bestsellerautor, zum Beispiel mit seinem Buch Imperium USA und viele andere. Er spezialisiert auf internationale Zeitgeschichte seit 1945. Seine Forschungsschwerpunkte sind Friedensforschung, Geostrategie, verdeckte Kriegsführung, US-Imperialismus, Ressourcenkämpfe, Energiesysteme und Wirtschaftspolitik. Ich schätze ihn deshalb so sehr, weil er durch seine Arbeit nicht nur die Wahrheit ans Licht bringt oder weil er durch sein Engagement und Einsatz der Menschheitsfamilie dient, sondern auch, weil er super Vorträge hält und ich ihm einfach super gerne zuhöre. Er bleibt stets ruhig, klar und gelassen, trotz oft ziemlich brisanter Themen, wie zum Beispiel 9-11 mit dem Einsturz von BTC 7. und die Diffamierung zum Beispiel durch andere Menschen. Ich bin sehr dankbar und freue mich, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Daniele Ganser. Grüß dich. Grüß dich, Steffen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Super. Wie du so ruhig und gelassen bleibst stets, darüber müssen wir unbedingt auch noch uns unterhalten, aber vorher würde ich gerne so ein bisschen auf dein Buch zu sprechen kommen. Imperium USA. Wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen beziehungsweise vielleicht auch für die diesen Begriff Imperium einmal zu beschreiben? Ja, also ich war als Student an der Universität Basel, habe ich Geschichte studiert, war ich 25 Jahre alt. Und dann haben wir über Imperialismus gesprochen, zum Beispiel britischen Imperialismus. Die haben Indien sozusagen, ja, besetzt, muss man sagen, französischen Imperialismus. Die haben Vietnam, Andorchien besetzt, haben die Länder auch ausgebeutet, oder auch belgischen Imperialismus im Kongo. Und dann war halt so die Frage, ja, gibt es das überhaupt noch Imperialismus? Und da war halt die Gruppe so ein bisschen gespalten. Einige haben gesagt, nein, Imperialismus gab es nur früher. Und andere haben gesagt, nein, es gibt Imperialismus weiterhin. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es Imperialismus weiterhin gibt. Und dass es im Moment die USA eigentlich das mächtigste Land der Welt sind. Und dass sie eine Form des Imperialismus ausüben, dass sie zum Beispiel Deutschland sagen, sie dürfen keine Pipeline bauen, um Erdgas aus Russland zu importieren. Das ist eine Form des Imperialismus. Dass sie den Irak bombardieren 2003 und dort die Regierung stürzen, und das ist eine Form des Imperialismus. Man greift direkt ein anderes Land an und verändert dort die Machtverhältnisse. In Libyen haben die USA Gaddafi gestürzt, der wurde dann auch getötet. Das heißt, meiner Meinung nach gibt es Imperialismus. Und ich finde es ein bisschen, ja, ein bisschen verlogen, dass man das nicht öffentlich sagen darf. Also wenn man sagt, die USA sind ein Imperium, dann zucken schon die Hälfte der Menschen zusammen. Die andere Hälfte sagt, ja klar, weiß ich. Aber die eine Hälfte zuckt zusammen. Und darum habe ich das Buch beschrieben, im Buch eben auch beschrieben, wie ein Imperium funktioniert. Das heißt, ein Imperium hat viele Militärstützpunkte. Die USA haben mehr als 700 Militärstützpunkte auf der ganzen Welt. In Deutschland gibt es sehr viele. Ja, also in Deutschland zum Beispiel ein bekannteres Trammstein. Aber es gibt auch Militärstützpunkte in Afghanistan, Bagram Air Force Base. Oder es gibt Militärstützpunkte auf Kuba, Guantanamo. Der ist noch ziemlich bekannt, weil dort gefoltert wurde oder wird. Ja, es gibt Militärstützpunkte in Japan. Und das Wesentliche zu verstehen, die Japaner haben keinen Militärstützpunkt in den USA und die Kubaner haben keinen Militärstützpunkt. Also umgekehrt ist dann das nicht so, sondern das Imperium hat Militärstützpunkte im Ausland. Und das sind so ein bisschen die Eckdaten. Imperium hat auch die höchsten Militärausgaben. 740 Milliarden Dollar, das sind 2 Milliarden pro Tag. Das ist wirklich ziemlich extrem. Und wenn man das nicht sieht, kann man einfach die internationale Politik nicht verstehen. Ich habe dann auch 10 Stunden lang ZDF und ARD und SRF geschaut, während den Präsidentschaftswahlen Biden gegen Trump. Und mich hat nur interessiert, sprechen die auch irgendwann über das Imperium? Nie. Das Wort kam gar nicht vor. Das Imperium, also ich frage mich immer, wie in dem Buch beschreibst du das ja, dass die Stützpunkte beziehungsweise, dass die Angriffe starten überall und so weiter. Ich frage mich immer, wie sie das durchkriegen. Also ich meine, es gibt doch diese UN-Charta, wo du auch von schreibst. Kannst du das mal beschreiben, wie das funktioniert? Sehr gerne. Also in der UNO-Charta steht, dass ein Land ein anderes Land nicht angreifen darf. Es ist also verboten, jetzt, heute und es ist schon viele Jahre lang total verboten, wenn ein Land in einem anderen Land einmarschiert, mit Soldaten, mit Panzern oder wenn es auch verdeckte Einheiten in ein Land einsickern lässt, die sozusagen Spezialkommandos hinter den Linien operieren. Das ist alles verboten. Und dieses UNO-Gewaltverbot ist ein Fortschritt, ein Bewusstseinsfortschritt, den wir als Menschheitsfamilie gemacht haben. Und zwar ist das 1945 passiert. Damals wurde die UNO gegründet, weil wir hatten ja den Zweiten Weltkrieg gerade hinter uns. Das ist jetzt natürlich, für die Jüngeren ist das so weit weg, die können sich nicht erinnern, aber der Zweite Weltkrieg war die grösste, von Menschen verursachte Katastrophe je. 60 Millionen Tote. Und wenn man die 60 Millionen Tote sich irgendwie bildlich vorstellen will, dann kann man sich vorstellen, Frankreich hat etwa eine Bevölkerung von 60 Millionen Menschen. Und wenn man jetzt nach Paris geht, liegen alle tot. Man geht nach Marseille, alle liegen tot. In Lyon, in jedem kleinen Dorf, überall. Alle Menschen überall tot. Dann sieht man, das ist wirklich eine große Katastrophe. Tatsächlich waren natürlich die Toten überall auf der Welt verteilt, aber einfach, dass man das ein bisschen greifen kann. Und dann ist es mir wichtig zu erklären, dass die Menschheit fähig ist zu lernen. Das heisst, man hat dann am Schluss des Zweiten Weltkriegs gesagt, was für ein Massaker, was haben wir da getan? Ja, es kann doch nicht sein. Und dann ist man zusammengesessen und hat das Gewaltverbot verabschiedet. Es lautet so, und das ist jetzt ein Zitat, alle Mitglieder, und gemeint sind alle Mitglieder der UNO, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen, international bedeutet einfach Land A und Land B, also über die Grenze, das heisst international, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung und Anwendung von Gewalt. Punkt. Zitat Ende. Und wenn wir dieses, das ist das UNO-Gewaltverbot, man kann das auch selber vielleicht mal recherchieren, wenn man das jetzt nicht glaubt, denkt man, ja, der Herr Gans hat irgendwie das herausgepickt, das es gar nicht gibt, aber es ist so unbekannt, ja, es ist wirklich so wichtig und so unbekannt, dass ich mich manchmal selber wundere, warum wird das nicht an den Universitäten unterrichtet, warum wird das nicht an den Schulen gelehrt, warum wird das nicht immer wieder in den Medien erwähnt. Passiert einfach nicht. Wirklich, es wird unterdrückt. Aber wir haben ja die Fähigkeit, das nach vorne zu holen, das ist eben das UNO-Gewaltverbot. Und wenn man das Gewaltverbot geachtet hätte, dann hätte das amerikanische Imperium seine Macht nicht entfalten können. Also es gibt immer eine Spannung zwischen Imperialismus und Gewaltverbot. War schon immer so. Also das römische Imperium hat natürlich sehr, sehr gewalttätig Spanien zum Beispiel erobert oder Griechenland erobert etc. Und ohne Gewalt geht das nicht. Darum möchte das Imperium auch nicht, dass man das Gewaltverbot anwendet. Und in meiner Forschung bringe ich das immer wieder nach vorne und sage, sehen Sie, ja, US-Präsident Bush hat den Irak bombardiert und das ist illegal. Er darf es nicht. Das Gewaltverbot verbietet das. Das wird ja immer ständig gebrochen sozusagen. Ja. Genau. Es wird immer gebrochen. Und vor allem, wenn es gebrochen wird, du hast ja auch gefragt, wie kommt man da mit der Nummer durch, kann ich genau zeigen, wie das funktioniert. Man macht in der eigenen Bevölkerung Angst, also die amerikanische Bevölkerung, in denen hat man gesagt, der Irak hat Massenvernichtungswaffen und dann sind die Menschen in grosser Angst. Denken, ah, wenn der Irak Massenvernichtungswaffen hat und den vielleicht gegen uns einsetzt und da ist vielleicht dem einen oder anderen noch in Erinnerung, dass der amerikanische Erstenminister Colin Powell damals vor der UNO sich so hingestellt hat und gesagt hat, ja, der Irak hat Massenvernichtungswaffen und dann hat er so eine kleine, weisse Flasche hingestellt. Das ist jetzt nur ein Radierkommi, den ich da zufällig auf meinem Tisch habe, aber er hat da gesagt, das ist ja auch immer sehr viel Theatralik drin, hat er gesagt, wir müssen jetzt den Irak angreifen. Und der Trick ist, man erwähnt dann das UNO-Gewaltverbot nicht und man sagt zum Beispiel nicht, und das UNO-Gewaltverbot müssen wir jetzt leider übergehen, weil dann würden die Leute sagen, was, was, ihr übergeht hier ein Gesetz, sondern es wird gar nicht erwähnt, auch auf ARD oder auf ZDF oder auf Süddeutscher Zeitung wird da nicht darüber gesprochen. Und dann greifen die USA den Irak an und die Menschen in den USA haben einfach Angst vor den Irakern, obwohl sie die nie getroffen haben und dann stellt sich später heraus, die hatten gar keine Massenvernichtungswaffen und dann zeigt sich, es war einfach eine Lüge. Das heißt, Kriege fangen mit Lügen an, das ist eigentlich die Regel. Ja, mir ist es deshalb so wichtig, weil wenn wir uns über Wahrheit unterhalten, dann müssen wir halt auch lernen, diese Lüge und diese Täuschung zu erkennen. Und ja, es ist, also wie kann man da so als, ich sage mal, Normalbürger vorgehen, wenn man jetzt die, ich sage mal, nicht so diese Hintergrundinformationen hat, sondern vielleicht so ein bisschen Mainstream-Medien konsumiert, dass man das erkennen lernt sozusagen, diese, ich sage mal, Felsflag, die sie immer machen sozusagen, diese Operation unter der falschen Flagge. Also man muss zuerst eigentlich verstehen, dass es Lüge gibt. Ja, weil manchmal wird ja dieses Wort dann verwendet und sagt, ja, Verschwörungstheorien sagen, es gibt Lügen, aber eigentlich ist die Welt so, dass es überhaupt keine Lügen gibt. Ja, nur Verschwörungstheoretiker glauben, dass wir manchmal nicht ehrlich informiert werden. Also dieses Wort Verschwörungstheoretiker wurde ja dann auch gegen mich eingesetzt, weil ich eben Lügen aufdecke und weil das natürlich gewisse Leute nicht hören wollen. Also zum Beispiel ist ja die Bundeswehr, hat 99 Serbien bombardiert, habe ich gesagt, das ist illegal, das ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Deutschland darf nicht Serbien bombardieren. Übrigens umgekehrt dürfte ja Serbien auch nicht Deutschland bombardieren, weil das Gewaltverbot heisst eben, dass beide Staaten keine Gewalt einsetzen. Das ist eigentlich einfach zu verstehen. Also jede Mutter, jeder Vater, die zwei Kinder hat und das sagt einfach den Kindern, du darfst das andere Kind nicht schlagen. Du darfst einfach nicht schlagen, auch nicht mit der Schaufel und du darfst es auch nicht mit dem Stock schlagen oder mit dem Schuh schlagen oder was auch immer du hast. Das kenne ich noch aktuell. Ja, das müssen die Kinder ja lernen, weil natürlich dieser Impuls, dem anderen mal, wenn man im Sandkasten ist, mit der Schaufel über den Kopf zu ziehen, das passiert ganz normal. Also es ist jetzt nicht ein Weltuntergang, dass das passiert. Aber dann muss man den Kindern eben das beibringen und sagen, okay, Konflikte sind normal. Konflikte haben wir auch als Erwachsene immer wieder. Aber wenn wir eben ein Bewusstsein entwickeln, das zeigt, dass der andere leidet, wenn wir ihn schlagen, dann sollten wir es nicht mehr tun. Also dann irgendwann verstehen wir, spätestens wenn man in der Schule ist, sollte man verstehen, dass die Konflikte ohne Gewalt gelöst werden müssen. Und wenn ich jetzt zurückkomme für die Regeln, die man als Endnutzer anwenden kann, dann ist es eigentlich so, dass ja eigentlich in den Medien uns immer ein Bild präsentiert wird, sag ich mal, über den Vietnamkrieg. Ich gehe absichtlich ein bisschen weit weg. Vietnamkrieg hat 1964 angefangen. Und das Bild, das damals präsentiert wurde, war halt, in Vietnam sind alles böse Kommunisten und die USA müssen jetzt diese Kommunisten besiegen, weil sonst wird sich der Kommunismus weltweit ausdehnen. Das heisst, es wird immer Angst gemacht. Das ist eine Angst, die die Leute dann erfasst. Und ich habe dann auch Berichte von Soldaten gelesen, die eben in den Krieg gezogen sind, mit 17 Jahren, mit 18 Jahren, unglaublich jung sind die in diesen Krieg gezogen. Und später haben sie herausgefunden, sie wurden angelogen. Also das ist interessant, von den Soldaten selber zu lesen. Der eine Soldat hat dann gesagt, ja, als dann die Kommunisten in Vietnam wirklich gewonnen haben 1975, weil es wirklich so war, hat sich der Kommunismus überhaupt nicht weltweit ausgebreitet. Und ich habe da irgendwie mein Jahr lang rumgeschossen und gekämpft. Also was für eine falsche Nummer bin ich da reingefallen. Und er sagt dann halt, ich hatte einfach, ja, ich hatte noch nicht die Fähigkeit, den Präsidenten und den New York Times zu misstrauen. Oder er sagt, ich hatte keinen Grund, den Leitmedien und den führenden Politikern zu misstrauen. Und da bin ich jetzt als Historiker halt ganz anders gestrickt. Ich sage, alles, was die Politiker sagen, kann man nicht blind glauben. Ja, ich muss es so sagen. Ich möchte nicht sagen, alles, was die Politiker sagen, ist immer Lüge. Das meine ich gar nicht. Manchmal ist es wahr, manchmal ist es gelogen. Aber man soll es einfach dann vor allem nicht blind glauben, wenn sie sagen, wir müssen ein anderes Land angreifen. Das ist der wichtigste Punkt. Die sagen ja jeden Tag etwas, man kann nicht alles prüfen. Aber damals, als die Bundeswehr nach Serbien geschickt wurde, als man Serbien bombardiert hat, hat der deutsche Erstenminister Joschka Fischer von der Grünen Partei gesagt, in Serbien gibt es so etwas wie Auschwitz. Er hat gesagt, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Und damit hat er die Leute total verwirrt, weil es gab überhaupt kein Auschwitz in Serbien. Und in den Zeitungen stand halt, sie treiben sie ins KZ. Und dann haben viele Leute in Deutschland wirklich geglaubt, dass es in Serbien Konzentrationslager gibt und dass die Leute dort vergast werden wie im Dritten Reich. Das ist natürlich eine extrem gemeine Lüge, weil die triggert ein Trauma in der deutschen Bevölkerung. Da ist großer Schmerz. Und dann haben die Leute geglaubt, man geht jetzt nach Serbien, um dort zu helfen. Das war aber nicht so. Der Konflikt war zwischen Serben und Albanern, und die haben sich gegenseitig umgebracht. Es gibt da kein Schwarz-Weiss. Und kurzum, das UNO-Gewaltverbot wurde mit der KZ-Lüge eigentlich ausgeflankt. Das heisst, der Trick, was ich wirklich sagen möchte, ist, immer wenn ein Krieg ausbricht, soll man ganz genau hinschauen und sich fragen, ja, wie wird jetzt erklärt, dass wir Gewalt einsetzen müssen? Ja. Und da wach sein. Nicht blind den Medien glauben und nicht blind den Politikern glauben, sondern das immer selber prüfen. Das Ding ist ja, Daniele, dass, wenn wir uns mit Angst beschäftigen, ich habe mich schon viel mit Angst beschäftigt, dann ist das ja tatsächlich so, wenn man halt in dieser Angst ist und damit nicht so umgehen kann oder nicht gelernt hat, damit umzugehen, das lernen wir auch nicht in der Schule leider, dann sind wir halt in diesem Angstmodus und da sind wir natürlich immer dabei, beziehungsweise ist der, ja, dieser logische Menschenverstand, der wird irgendwie runtergefahren oder ausgeschaltet. Ja. Ja, das ist einfach auch ein Training, sage ich mal. Das muss man auch üben. Genau. Dass man immer wieder, ja, zurückfährt und halt versucht, aus dieser Angst rauszugehen und so ein bisschen, ja, aus der Situation rauszugehen. Sonst ist man immer emotionengesteuert. Ja, es ist so. Also, der Haupttrick ist der, dass man sich klar wird, du bist nicht deine Angst, sondern du hast eine Angst. Und das ist schon mal der erste Puffer, den man dann aufbaut zu seinen Gefühlen. Das ist übrigens das Gleiche mit der Liebe. Du bist nicht die Liebe, sondern du hast jetzt dieses Gefühl der Liebe oder vielleicht das Gefühl der Trauer. Du bist nicht die Trauer, du hast das Gefühl der Trauer. Und im Kern sind wir formloses Bewusstsein und in diesem Bewusstsein steigen Gefühle auf und die vergehen auch wieder. Also, und das Gleiche mit den Gedanken. Die Gedanken steigen auf und sie vergehen wieder. Und wenn man sich das mal klar wird, dann hat man schon eine viel grössere Entspannung. Man ist nicht jedes Mal an jedem Gedanken so angehaftet, dass man sagt, ja, jetzt diese Angst, das bin ich. Ja, weil wenn man das denkt, dann ist man wirklich eigentlich von der Angst überrollt. Hingegen, wenn man sagt, okay, diese Angst, ich sage jetzt mal Angst vor Kommunismus, vor dem Vietnamkrieg oder Angst vor den ABC-Waffen, vor dem Irakkrieg oder Angst vor KZs, vor dem Serbienkrieg oder nehmen wir Angst vor Terrorismus, bevor die Bundeswehr nach Afghanistan gegangen ist. Das muss ich vielleicht kurz einfügen. 11. September 2001 gab es einen grossen Terroranschlag in den USA und danach haben die USA angefangen, Afghanistan zu bombardieren. Am 7. Oktober 2001, der Krieg läuft schon 19 Jahre. Das ist verrückt. Der läuft jetzt, während wir sprechen. Und die Bundeswehr ist auch in diesem Krieg drin. Und man sagt immer, was, warum führt denn Deutschland wieder Krieg? Wie kann denn das sein? Ich sage immer, die Bundeswehr sollte als reine Verteidigungsarmee nur innerhalb der deutschen Grenzen stationiert sein. Die sollte nicht in Afghanistan sein. Meine Güte. Es sollten auch keine afghanischen Soldaten in Deutschland sein. Also nur, nur um das ins Verhältnis zu setzen. Warum nicht? Wegen dem UNO-Gewaltverbot. Aber das UNO-Gewaltverbot wurde auch da ausgehöhlt, so wie du es richtig sagst, indem man Angst erzeugt hat. Und damals war es eben die Angst vor Terrorismus. Da hat man gesagt, die Terroristen sind in Afghanistan und auf Sama bin Laden führt die an und die sind alle gefährlich und da müssen wir jetzt hin und die umbringen. Also immer irgendwie so, weißt du, das sind abgefahrene Geschichten eigentlich, wenn du denkst, was, wenn wir die Terroristen umbringen, dann ist alles gut oder was ist das für eine Idee? Und dann sage ich, das ist eigentlich ein Prozess, wo wir jetzt drinstecken als Menschheitsfamilien. Wir können das lernen, indem wir sagen, okay, ich schaue nach innen, aha, ich habe diese Angst vor Terroristen. Wie groß ist sie denn? Eins bis zehn. Eins wäre keine Angst, zehn wäre riesengroße Angst. Bei mir ist diese Angst vor Terroristen, ich muss wirklich sagen, bei eins. Ich habe keine Angst vor Terroristen. Aber es kann sein, dass jemand diese Angst bei fünf hat oder bei acht und gerade nach den Terroranschlägen war die mal schnell bei acht. Aber die Angst vergeht auch wieder. Und jetzt haben andere Leute Angst vor dem Virus, vor dem Coronavirus. Da muss man sich auch fragen, wie groß ist die Angst? Man soll gar nicht so stark schauen, was haben die anderen für Ängste, sondern man soll bei sich schauen. Richtig. Ganz wichtig, weil alle sagen, ja, der hat Angst und der hat Angst, ja, was ist mit dir? Und dann muss man die Angst erstens mal als eine Realität anerkennen, weil die hat einen Einfluss auf unser Leben. Zum Beispiel die Schwester meiner Frau hat Angst vor Spinnen. Und jetzt hat es keinen Sinn zu sagen, ja, was für eine bescheuerte Angst, vergiss doch das. Sondern für sie ist es so, okay? Die Angst ist die Angst. Ich habe sie dann gefragt, ja, was machst du denn, wenn du eine Spinne siehst? Sagst du, ja, wenn ich in der Waschküche bin und da ist eine Spinne, dann schreie ich und dann kommt mein Mann, der weiß schon, was geht, und holt die Spinne raus. Und das ist für sie so. Und das Wichtige ist, wenn jetzt jemand Angst vor Corona hat oder wenn jemand Angst vor Spinnen hat oder wenn jemand Angst vor Terroristen hat oder, was auch sehr weit verbreitet ist, wenn jemand Angst vor einer Diktatur hat. Das ist jetzt auch eine weit verbreitete Angst, weil die Corona-Maßnahmen ja die Freiheit Einschränken. Da habe ich mit verschiedenen Menschen gesprochen. Die haben gesagt, ja, sie glauben, jetzt wird eine weltweite Diktatur errichtet und alles wird geknechtet und man darf dann gar nicht mehr reisen, wenn man Impfausweis nicht hat oder einen Chip oder was auch immer. Und die Macht der digitalen Konzern etc. Und dann, okay, wenn man diese Angst hat, muss man halt auch in sich reingehen und schauen, wo ist denn das zwischen einer Eins und einer Zehn? Oder andere haben Angst vor Armut, weil sie eben, ich weiß doch nicht, bei einer Fluggesellschaft arbeiten und die hat viele Leute entlassen oder man arbeitet in einem Restaurant oder ist ein Besitzer eines Gasthofes. Und ja, man kann die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Das ist ja nicht die Angst vor Spinnen, sondern die Angst vor Armut. Ja. Und diese ganzen Ängste, die sind alt, okay? Das muss ich wirklich sagen. Die sind jetzt nicht neu. Aber was wirklich neu ist, ist, dass wir uns online darüber unterhalten, dass diese Ängste erstens eine Rolle spielen und zweitens, dass wir lernen, dass wir nach innen schauen müssen und dass wir dann erklären müssen, aha, ich bin nicht die Angst, sondern ich bin das Bewusstsein, in dem Angst aufsteigt und wieder vergeht. Ja. Das ist so wichtig zu verstehen, dass man ja vielleicht mal Angst vor Terrorismus hatte und das war dann ganz gross und jetzt hat man Angst vor Viren und dann ist das ganz gross und was in fünf Jahren ist, weiß ich auch nicht, aber die Ängste kommen und gehen. Das sind ja letztendlich nur durch unsere Gedanken und Vorstellungen, also nur in unserem Kopf, es ist ja nicht vor unserer Haustür sozusagen, also die meisten Sachen, sondern einfach eine Projektion in unserem Verstand. Genau so ist es. Das ist so gut, dass du das ansprichst, weil das ist so wichtig, das zu trainieren und immer wieder diese Achtsamkeit zu üben, sag ich mal. Ja. Denn dann passiert Folgendes, wenn man das schafft, diese da wieder rauszukommen, weil wie du richtig sagst, wenn man das nicht festhält, sondern annimmt und dann geht es auch wieder, dann kann man auch wieder klarer denken und dann kann man auch, ich sage mal, diesen kritischen Verstand auch wieder aktivieren, dass man dann auch sich Fragen stellt, stimmen die Zahlen, stimmt das, stimmt das und so weiter. Dann kommt man da auch mehr auf den Dreh. Das ist genau wie du sagst, also viele Leute sagen, ja, aber es ist doch sehr gut, wenn ich in der Angst bin und wenn ich da irgendwie fast durchdrehe, dann sage ich, nein, das ist eben nicht gut, weil wenn du in der Angst bist, dann hast du eigentlich eine reduzierte Fähigkeit, um dein Potenzial zu entfalten. Jeder Mensch ist ja wie ein Juwel, also wirklich jeder, jemand sagt, ja, ich aber nicht, doch, jeder, jeder ist wirklich ein Juwel und aber, um dass der Juwel richtig leuchten kann, geht eben damit einher, dass man die Angst absenkt und das kann man zum Beispiel sehr gut erklären, wenn jetzt zwei Sportler, ich sage mal, zwei Jungs, haben sich Snowboard gekauft, sind da oben auf dem Hang und dann zeigt der eine dem anderen einen Film über Schädelfrakturen, ja, und sagt, das sind zum Beispiel Schädelfrakturen, die passieren können, wenn man Snowboard fährt, ja, dann wird der ganze Körper eigentlich diese Abfahrt als gefährlich einstufen und man wird sehr verkrampft auf dem Brett stehen und wenn man sehr verkrampft auf dem Brett steht, dann fällt man eher hin, okay, und vor allem, wenn man fällt, macht man sich noch mehr weh und der andere, in einer anderen gedanklichen Übung würde dir einen anderen Film zeigen, gerade bevor sie losfahren und das würde einfach zeigen, wie halt solche, die schon sehr gut snowboarden können, wirklich einen guten Ride machen und so richtig die Kurven und so mit der Hand am Boden und der Pulverschnee geht in die Luft und es ist einfach ein Gefühl von wow, Leben und Freiheit und Surfen im Schnee, okay, jetzt kannst du natürlich den Unterschied sofort erkennen, wie fährt man besser, ja, wenn man mit Begeisterung fährt, wenn man das Leben mit Begeisterung lebt, ist man viel besser unterwegs, als wenn man das Leben mit Angst lebt, beides ist möglich, es ist nicht so, dass es einen Plan gibt, man muss das oder das, aber es ist einfach für den Einzelnen viel, viel angenehmer begeistert zu sein, als in Panik und es ist dann trotzdem so, wenn man begeistert ist mit dem Snowboard, kann man trotzdem hinfallen und im schlimmsten Fall hat man sogar eine Schädelfraktur, das soll jetzt nicht heißen, wenn man begeistert ist, kann nichts passieren, aber wie du genau richtig gesagt hast und das hat auch Gerhard Hüther eben gut herausgearbeitet, der Hirnforscher, hat gesagt, der Mensch ist eigentlich das einzige Lebewesen, das sich Gedanken machen kann über die Zukunft, also was passiert 2025 oder und dann kann es eine negative Entwicklung antizipieren, zum Beispiel sagen, dann sind wir, dann haben es noch andere Viren und Bakterien, haben sich ausgebreitet und die Menschheit wird ausgerottet, also kann man sich jetzt einfach vorstellen, wenn man will und dann ist man aber jetzt schon gelähmt und Tiere machen das nicht, also wenn man einen Hund hat und mit dem spazieren geht, dann sagt er nicht, ja, ich mache mir Sorgen, ob es nächste Woche noch zu essen gibt, das ist einfach nicht sein Ding, der ist im Moment, oder wenn man eine Katze hat, die liegt einfach auf dem Sofa und chillt, und der Mensch sitzt daneben in grosser Angst, was jetzt nächster Monat ist und so, also dieses, dass man entweder in der Zukunft ist und dort Ängste hat oder in der Vergangenheit und Ängste hat, dass man etwas falsch gemacht hat, dass man jemanden verletzt hat, dass man es nicht so hätte machen sollen oder so und dann, also die Regel ist eben im Moment sein. Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir lernen, dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass diese, dass unsere Gedanken und, und, ja, so viel Macht haben, was auch zu, zu, auszulösen, vor allem auch im Körper, damit wir, ja, wir können uns ja entscheiden, wir können uns ja immer entscheiden, jeden Tag, jede Sekunde, welchen Weg wir gehen, ob wir den Weg der Angst gehen wollen oder ob wir den Weg der Begeisterung gehen wollen. Es ist so. Das wird aber dann, irgendwann wird es eine Übung im Kopf, weil im Kopf sind Milliarden von Nervenzellen und alles, was sich öfters verknüpft, das sind ja wirklich Nervenzellen, die sind hier hinter der Hirnplatte und hier auf der Seite, also hier drin sind sie und alles, was wir öfters denken, ja, das verknüpft sich eben und wenn wir, das hat die Hirnforschung ganz klar gezeigt, also zum Beispiel die, die, die Siebenerreihe, 7, 14, 21, 28, 35, 35, 42, 49, 46, 56, 63, 70, warum, warum kann man die Siebenerreihe, ja, weil man es oft wiederholt hat. Ja. Nur wegen dem oder Haribo macht Kinder froh. Ja. Und Erwachsene ebenso, also warum, das ist ja totaler Schrott, das bringt niemandem etwas, das zu wissen, aber es ist trotzdem im Hirn und die Regel ist Repetitio, also die Wiederholung. Und wenn jemand sehr niedergeschlagen ist, sollte er sich eigentlich positive Dankbarkeitstexte in den Kopf rein memorisieren. Also ich mache das auch. Ja. Es funktioniert einfach. Ja. Ich setze mich dann hin und sage, okay, Daniela, bist du. Also ein konkretes Beispiel aus meinem Leben ist so, jetzt ist ja das Jahr 2020, es wurden viele Vorträge abgesagt. Und es ist so, einerseits lebe ich von den Vorträgen und den Büchern und andererseits mache ich das auch wirklich sehr gern. Also ich halte sehr gerne Vorträge, es ist für mich nicht eine Strafe, sondern ich bin wirklich gerne mit den Menschen und erzähle denen über meine Forschungsresultate. Und wenn halt der erste wird abgesagt, der zweite Vortrag wird abgesagt, das ist wie für einen Musiker oder einen Schauspieler, der hat alles zack, 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 wird abgesagt. Dann hat man wirklich einen Taucher. Also ich war dann auch so, okay, das sieht nicht gut aus. Und dann habe ich mich aber mit all diesen Techniken, die ich kenne, habe ich mich halt hingesetzt und gesagt, ja, okay, Daniela, das Dach ist noch dicht. Und dann macht der Kopf so, ja, klar, ist dicht. Ein Teil des Kopfes macht, was kommst du jetzt mit dem Dach? Das ärgert mich. Ich bin jetzt bei den Vorträgen, die sind abgesagt. Dann immer, okay, ja, beruhig dich, das Dach ist dicht. Ja, Kühlschrank hat es doch noch zu essen. Ja, ja, klar hat es zu essen. Wir haben keine Hungersnoten und so. Aber dann immer merkt man, es gibt so wie einen Widerstand, wo der Teil, der im Drama sein will, sagt dann so, ja, ist mir doch egal, ob es zu essen hat im Kühlschrank oder nicht. Und dann muss man mal richtig hinschauen und sagen, ja, wie egal ist dir das? Das ist dir eigentlich gar nicht egal. Das ist ja super wichtig. Und ob du einen Vortrag hältst oder nicht, also, ja, gut, also das Ganze, die kommen irgendwann wieder. Und dann die Dusche ist ja noch warm, wenn man gerne warm duscht. Die Rechnungen sind bezahlt. Und dann, ja, ja, ja. Und dann, wenn das alles wieder runtergefahren ist, dann kann man ein Gefühl der Dankbarkeit entwickeln für das, was gut ist. Also, ich gehe dann auch durch den Herbstwald und die Bäume, oder es ist wunderschön jetzt im Moment, wenn noch die Sonne reinscheint und so, geniesse ich das richtig. Und dann sage ich, die Natur ist wunderschön. Es ist überhaupt nicht so, dass jetzt alles schlecht ist. Ich habe einfach mehr Zeit, um andere Dinge zu tun. Und diese Dankbarkeitshaltung hat man wirklich in der Hirnforschung herausgefunden. Die kann man trainieren. Also, wenn man sie noch nicht hat, dann sollte man sich fünf Dinge aufschreiben, für die man wirklich dankbar ist. Es kann auch sein, dass man dankbar ist, dass man atmen kann, weil es tatsächlich sehr wichtig ist. Aber man soll fünf Dinge aufschreiben, die wichtig sind. Und wenn es einem nicht so gut geht, einfach diese fünf Dinge abspulen. und dann entsteht schon ein anderes Gefühl. Ja. Das ist auch super wichtig. Ich kann das nur bestätigen. Ich mache auch jeden Tag eine Dankbarkeitsübung. Ich mache das immer, bevor ich schlafen gehe, mache ich alles aus und hole mir wirklich ins Bewusstsein, wofür ich am Tag dankbar bin. Ja, das ist aber super. Und das wirkt doch, Steffen, oder? Das wirkt. Ja, natürlich. Das Interessante ist ja, sich dann zu beobachten. Und dann, gerade auch, wenn man vielleicht einen, ich sage mal, einen stressigen Tag hatte oder ein bisschen Angst da war oder das hat nicht funktioniert. Das Coole ist, dass, wenn man in die Dankbarkeit geht, dass dann das neutralisiert wird. Ja. Also, es ist wie, als wenn das so ein Schlüssel ist, um in eine neutrale Haltung zu kommen. Das ist cool. Ich mache das schon so viele Jahre und ich kann nur sagen, es ist erstens gratis. Also, man muss ja nicht irgendwie, sondern man muss einfach sich seine Liste machen mit den fünf Dingen, die einem wichtig sind. Also, jemand hat vielleicht einen Hund und ist dankbar, dass er immer mit dem Hund jeden Tag gehen kann, weil er den Hund sehr liebt und eine gute, dann soll er sagen, ich bin dankbar, dass ich auch heute mit meinem Hund des Weges gehen konnte. Oder ein anderer ist dankbar, weil er gerne lesen, weil er gerne Bücher liest. Und er sagt, ich bin dankbar, dass meine Augen so gut sind oder auch eine Brille drauf und, aber ich kann lesen. Ja, wenn ich blind wäre, könnte ich das. Also, ich bin dankbar, weil, weißt du, Steffen, das, was wir Historiker gedacht haben, ist, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden überall in Europa Kühlschränke eingebaut und dann noch Waschmaschinen und dann noch Geschirrspüler. Und irgendwie haben wir gedacht, wenn alle einen Kühlschrank, eine Waschmaschine, ein Geschirrspüler haben, dann sind die Leute super happy, weil der Komfort ist ja Wahnsinn, ja. Da plötzlich hat man, die Butter im Kühlschrank ist immer frisch und von Händen, die Wäsche, die Kleider, muss man nicht mehr am Fluss unten schrubben, sondern da gibt es eine Waschmaschine, da wirft man es einfach rein und dann gibt es noch einen Tömbler und dann ist es trocken oder man hängt es in der Sonne auf, was vielleicht besser ist, aber und die Geschirrspülmaschine, die Historiker haben gedacht, ja, das ist ja der Hammer, dann kann ja jeder sein Geschirr da reinstellen und all diese neue, die viele Zeit, die wir dann haben und es gab auch eine Zeit, da waren natürlich, die Leute haben gern Musik gehört, aber da musste natürlich ein Orchester in den Raum kommen, also einer mit Geige, einer mit Cell und dann konnte man zu Hause Musik hören, sonst gab es halt keine Musik. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn wir irgendwann mal Plattenspieler oder Streamingdienste haben, kann man immer Musik haben und die Leute werden vor Ekstase, werden sie ja überschäumen. Und das, was ich jetzt weiss, ist, diese ganzen Dinge können, können, aber müssen nicht eine Quelle des Glücks sein, weil es kommt wirklich nur auf die Dankbarkeit drauf an. Also man kann dann tatsächlich mal so ein Gerät weglassen und sagen, was es auch immer ist, sagen wir mal Musik, Musik, ja, und man lässt das mal weg, eine Woche lang keine Musik, also kein, auf dem Smartphone oder wo man immer auch die Musik her hat, man lässt das mal weg. Und dann entwickelt man ein Gefühl der Dankbarkeit, dass man überhaupt diese Musik hat und dass man so einfach Zugang hat und zu so tiefen Kosten Zugang hat, das ist etwas anderes, als wenn man es für eine Selbstverständlichkeit nimmt. Und das, was ich eigentlich beobachte, ist, dass wir natürlich eigentlich vom einen Problem uns zum nächsten angeln und der Zustand der Dankbarkeit, den überspringen wir. Also dankbar für die Waschmaschine zu sein, ist schon fast peinlich. Die Leute würden dann sagen, was, das ist intensiv ein komischer Historiker, interessiert mich doch nicht, wann die erste Waschmaschine eingeführt wurde. Und dann sage ich, ja, aber mach mal, mach mal diese Arbeit von Hand, mach sie mal. Nur einen Monat. Du wirst die Waschmaschine küssen danach. Und, und, also was ist denn, was ist denn jetzt der Punkt? Der Punkt ist der, dass ich glaube, wir sind jetzt unter so großem Druck, mentalem Druck, dass wir wirklich die Achtsamkeit brauchen. Und ich sehe, das ist eine schöne Nachricht, ich sehe einfach sehr viele Menschen, die diese Achtsamkeit nutzen. Und das heißt, Achtsamkeit bedeutet ja letzten Endes der wache Blick nach außen und nach innen. Beides. Genau draußen hinschauen, wie werden die Kriege verkauft, ja, und dann sagen, nee, mich bekommt ihr da nicht so leicht rein. Und der wache Blick nach innen und zu schauen, ah, wann bin ich in Unruhe und wie kann ich diese Unruhe ausgleichen, indem ich eben zum Beispiel Dankbarkeitsübungen mache. Ich wollte noch einmal einen Punkt, den mir noch eben zu, oder dem mir noch eingefallen ist. mit Dankbarkeit ist auch deswegen ein guter Schlüssel, gerade jetzt, weil ja Menschen in der Krise sind, Existenz verlieren vielleicht, verlieren ihren Job, haben ein Unternehmen, was pleite geht. Oder, ja, die Künstler, Musiker, keine Aufträge mehr. Das ist deshalb so gut, weil, also aus meiner Erfahrung ist, wenn wir das trainieren, diese Dankbarkeitsübungen, dann ist es so, dass wir, dadurch, dass wir in diese Neutralität wiederkommen, haben wir automatisch dann auch wieder ganz andere Inspirationen, die aus dem Inneren kommen. Also wir kommen auf neue Ideen, auf andere Gedanken, die wir, wenn wir, wenn wir das nicht machen und eher so in Angstszenarien sind, dann sind wir halt nur in den Angstszenarien. Es ist so. Und können nicht kreativ sein, weißt du? Es ist bei mir genau das Gleiche, also bei mir war jetzt das Corona-Jahr 2020 ja auch so, dass ich dann eben zuerst, also im Januar 2020 habe ich noch einen Vortrag gehalten in Bautzen und dann im Februar noch einer im Luzern und ich habe dann gedacht, März, April, Mai, Juni, Juli, ich werde einfach viele Vorträge gehalten jeden Monat. Ja, war aber nicht so. Ja, und ich wusste es ja im Februar noch nicht. Ich war noch Skifahren und so und dann plötzlich steckt das rein und das ging uns ja allen so. Also niemand wusste im Januar, was da alles kommt. Und dann sind halt alle Vorträge, im März habe ich keinen gehalten, im April, im Mai, im Juni, im Juli, war alles abgesagt und war viel. Also zum Beispiel in Stuttgart, Feldbach war eine Halle mit 1200 Plätzen ausverkauft und konnten wir einfach nicht machen. Dann denkt, das wurmt einem. Dann denkt man, das ist aber schade. Und dann, wie du richtig sagst, durch die Achtsamkeit gehe ich dann zuerst nach innen und schaue mal genau hin, was läuft denn da in mir. Und das muss ja jeder eben auch selber machen, weil das sind ganz verschiedene Gefühle, die da kommen, verschiedene Ängste. Und der nächste Schritt ist, dass man dann auch tolerant sein muss gegenüber anderen Meinungen, weil plötzlich sind ja so viele verschiedene Meinungen. Die einen sagen, man muss es so machen, die anderen sagen, man muss es so machen und dann kann auch Streit in der Familie entstehen oder im Freundeskreis und ich denke, das, was wir ganz wichtig brauchen, ist jetzt wirklich Frieden. Also wir brauchen Frieden. Frieden ist übrigens gut für die Gesundheit. Der kann nur in uns entstehen, oder? Der kann nur. Nur. Und wenn jemand das völlig anders sieht, ja, es gibt jetzt diese ganz heftigen Diskussionen zwischen Menschen, die, ich sage mal, beinahe zehn sind, bei Angst vor Virus und andere, die beinahe zehn sind, Angst vor Diktatur. Und wenn die zwei diskutieren, das führt überhaupt nirgendwo hin. Da muss man zuerst mal die eigene Angst mindestens auf eine Fünf runterbringen und dann sagen, okay, der andere hat auch einen Punkt und dann kann es weitergehen. Aber ich wollte erklären, dass eben das Neue auch entstehen kann. Bei mir war das so, dass mich dann ein Produzent angerufen hat, der schon Vorträge organisiert hat, und gesagt hat, Herr Ganser, Sie haben ja keine Vorträge, und ich habe gesagt, ja, machen Sie einen Online-Kurs, einfach einen Kurs, wo Sie in die Kamera sprechen und dann kann man das als Kurs kaufen. Und da habe ich zuerst gesagt, nein, mache ich nicht. Habe ich nie gemacht. Habe ich nie gemacht. Warum sollte ich das machen? 48 Jahre bin ich jetzt. Warum sollte ich was Neues machen? Ich bin zufrieden, so wie es läuft. Und hat er gesagt, darf ich nochmal anrufen, nach einer Woche? Da habe ich gesagt, ja, ja, kann schon anrufen. Und dann nach der Woche drauf, die ich dann angerufen habe, habe ich wirklich gesehen, ja, ich kann die Vorträge nicht. Also ich habe gemerkt, es geht nicht, ja. Und dann kommt eben dieser Moment, den du angesprochen hast, dass dann eine Türe zugeht, und dann geht eine neue Türe auf. Ja. Und dann sind die wirklich gekommen mit Kameras, weil das darf man ja noch, zu viert in einem Raum mit Kameras. Dann haben wir es alles aufgezeichnet. Das sind 30 Lektionen, wo ich wirklich den Kurs, der heisst Werde Peacemaker. Und der sollte wirklich die Menschen darin unterstützen, in ihr volles Potenzial zu kommen und friedlich zu sein in schwierigen Zeiten, was wir jetzt eben sind in schwierigen Zeiten. Und jetzt habe ich tolle Feedbacks bekommen von den Menschen. Und das ist dann eigentlich auch sozusagen der Lohn. Also man will ja eigentlich sehr oft mithelfen, das Bewusstsein zu erheben. Ich sehe das irgendwie auch bei deiner Arbeit, Steffen, die du machst. Das finde ich wirklich wunderbar, dass du den Kurs machst, weil wenn jemand das jetzt macht, dann wird er sicher etwas mitnehmen. Und das ist eigentlich das, was ich super spannend finde jetzt. Es gibt so viel Online-Aktivität. Es ist irgendwie für mich, weil ich vielleicht schon ein bisschen älter bin, ist es noch ein bisschen immer von dem Computer. Ich mag das nicht. Aber auf der anderen Seite, es ist eine Chance. Ja. Und wenn ich das vergleiche, vor 19 Jahren waren diese Terroranschläge vom 11. September. Da hatten wir das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es gab es einfach, das, was wir jetzt hier machen, nämlich ich habe hier ein Mikrofon, hier diese Kamera und du zeichnest das auf und das kostet uns eigentlich nichts. Das gab es nicht. Vor 19 Jahren gab es das nicht. Und dann gab es nur Fernsehen und Zeitungen. YouTube gab es nicht, Facebook gab es nicht, Online-Seminare gab es nicht. Und da konnte man meiner Meinung nach nicht so klar über die Angst sprechen. Also weisst du, man konnte nicht sagen, okay, jetzt ist Angst vor Terrorismus, jetzt muss man aufpassen, die eigene Angst beobachten, wie hoch ist die Angst von 1 bis 10, welche anderen Ängste gibt es und ist es jetzt wirklich wahr, dass die Bundeswehr nach Afghanistan muss, was ist das UNO-Gewalt? Nein, wir konnten uns nicht darüber unterhalten, weil, und das muss ich so explizit erklären, dass die Leute das verstehen, die damals nicht dabei waren, wir konnten dann nicht Spiegel-TV anrufen und sagen, wir möchten dieses Gespräch bei euch führen. Das wäre einfach nicht gegangen. Und jetzt braucht es nur deinen Willen und meinen Willen und dann sind wir eigentlich da und können uns auch unterhalten. Also wir haben viel mehr Möglichkeiten. Das ist auch genau ganz, ganz wichtig, sich halt andere Meinungen anhören und anzugucken, anzugucken zu können. Denn beim 11. September 2001, ich glaube, fast jeder weiß noch genau, in welcher Situation er war, wo er war, weil das einfach so tief ging. Und wir hatten einfach nur den Fernseher, diesen einen Frame. Ja, einen Frame. Hatten sozusagen, ja, nur diese eine Sichtfrage. Perspektive, ja, nur eine. Perspektive. Und konnten das nicht hinterfragen, nicht prüfen, weil wir einfach auch erstmal geschockt waren alle. Und das ist schon jetzt zu heute ein riesengroßer Unterschied, wo ich merke, dass die Wahrheit einfach auch jetzt viel, viel mehr und viel schneller ans Licht kommt. Auch durch deine Arbeit. Zum Beispiel durch das, du hast ja dieses, ja, gerade mit WTC7, kannst du ja auch nochmal kurz erklären, wie sich, was damit los war. Weil das ja auch, wenn man den normalen Mainstream oder ich glaube auch an dem Bericht, war das ja gar nicht drin, oder? Ja, der Einschutz war nicht drin. Im 9-11-Commission-Report ist der Einschutz von WTC7 nicht. Das gibt es doch nicht. Ich meine, das ist zwar erwähnt, aber es steht nicht das Eingeschutz. Und das ist, also ich kann es nur kurz für die erklären, die das sich gar nicht auskennen. Also die meisten haben eben in Erinnerung, dass damals ein Anschlag in New York war, noch ein kleiner in Washington, aber nehmen wir New York. Und dann sind halt zwei Flieger in zwei Türme rein. Also Flieger, Flieger und dann sind die Türme zusammengestürzt. Und das haben fast alle am Fernseher gesehen und darum ist für die meisten Menschen eigentlich der 11. September dieser Einsturz, dieser Twin Towers, WTC1 und WTC2, World Trade Center heißt das. Und ja, die sind auch eingestürzt. Das ist so. Und jetzt gibt es aber ein drittes Gebäude. Das ist 170, 180 Meter hoch. Also in der Schweiz wäre das eines der höchsten Gebäude. In Deutschland auch eines der höchsten. in New York natürlich nicht. Und dieses dritte Gebäude ist auch eingestürzt, auch am 11. September. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, da ist kein Flieger rein. Und als ich das als Historiker halt bekommen habe, hatte ich sofort die Frage, ja, Moment mal, also warum geht denn das runter? Also ist das irgendwie als Solidarität auch noch eingestürzt? Also das ist ja, es ist eine wichtige Frage. Und das wurde halt damals überhaupt nicht in den Medien gezeigt. Oder es wurde ganz wenig gezeigt, zum Beispiel BBC World hat es gezeigt. Aber die haben zu früh, die haben gesagt, die haben zu früh berichtet, um 5 Uhr ist, aber erst um 20 nach 5 eingestürzt. Also das sind ganz merkwürdige Zusammenhänge. Und dann habe ich das genauer untersucht, habe auch mit Baustatikern in der Schweiz das angeschaut. Und die haben mir gesagt, Herr Ganser, das ist mit grösster Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt worden. Und dann habe ich gesagt, ja, darf ich das publizieren? Dann habe ich 2006 in der Schweiz, du musstest in die Zeitung gehen, in dem Tagesanzeiger habe ich einen Zeitungsartikel geschrieben, der erbitterte Streit um den 11. September. Weil auch 2006, das, was wir hier jetzt machen, wäre damals nicht möglich gewesen. Wenn du eine Öffentlichkeit erreichen wolltest, Zeitungen schreiben oder ins Fernsehen gehen, etc. Ich bin auf dem Schweizer Fernsehen in die Sendung Arena gegangen, das hat überhaupt nichts gebracht. War kein guter Austausch. Und das, was ich dann danach erlebt habe, war eigentlich das, was man heute einen Shitstorm nennt. Ja, ich wurde halt diffamiert. Dann haben wir gesagt, ja, sie sind ein Verschwörungstheoretiker. Ich habe gesagt, hallo, da ist einfach ein drittes Gebäude runtergefallen und ich glaube, es wurde gesprengt. Es sieht nach Sprengung aus, ja. Und dann ist jetzt eine neue Studie der Universität Alaska rausgekommen, die sagt, die ist jetzt 2020 rausgekommen von Leroy Harsey, die sagt, Feuer kann das Gebäude nicht zum Einsturz gebracht haben und das bedeutet, es wurde gesprengt. Aber das ist immer noch ein Tabu, ja. Das ist so wie, das darf man nicht sagen oder WTC7 darf man nicht erwähnen, weil sonst wird man diffamiert. Und das ist eigentlich auch der Punkt, warum ich so in der Achtsamkeit bin. Also ich wurde so stark diffamiert, dass es für mich notwendig war. Weißt du, es war für mich notwendig, jetzt meine Gedanken und Gefühle zu beobachten und wie ein Adler über meinen Gedanken und Gefühlen zu fliegen und runterzuschauen, weil dann konnte ich mich entspannen. Ich konnte mich wirklich entspannen und gesagt, ja gut, der sieht es so, ich sehe das so. Es kann jeder doch seine Meinung sagen. Davon geht die Welt nicht unter. Es gibt 7 Milliarden Menschen oder 7,7 Milliarden Menschen. Es ist klar, dass wir alle ganz verschiedene Meinungen haben. Das wird immer so sein. Und dann geht es ja darum, sich zu entspannen. Und das habe ich jetzt wirklich 19 Jahre lang geübt mit 9-11. Und jetzt ist es schön, dass ich das bei dieser Corona-Anspannung, es sind wieder die gleichen Techniken, die helfen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dieses WTC 7 angesprochen wird, weil ich finde, da kann man sehr, sehr gut sehen, wie das funktioniert und wie das einfach immer läuft. Und die Medien, die haben halt diesen einen Frame und den ziehen sie einfach immer durch, genau wie mit den Schlagwörtern Verschwörungstheoretiker oder jetzt neu Aluhutträger oder was weiß ich, was die da irgendwie für Begriffe raushauen. Was du auch, was du früher sehr gut angesprochen hast mit Gerald Hüther, je öfter sie das machen, desto mehr schlagt sich es bei uns im Gehirn ein und im Verstand und verknüpft sich mit Emotionen und so weiter. Genau. Ich finde das so wichtig, dass wir uns das anschauen. Auch jeder, natürlich, wenn man da ein bisschen in die Tiefe gehen mag, weil dadurch lernen wir einfach auch diese diese Lüge auch frühzeitig zu erkennen. Genau. Dann können wir einfach auch ja, weitere Fragen stellen, weil wir müssen uns ja fragen, wenn das jetzt gesprengt wurde, das WTC 7, dann kommen ja die nächsten Fragen. Warum, also darauf haben sie ja letztendlich diesen ganzen Krieg gegen den Terror legitimiert. Ja, genau. Genau, nur aufgrund dieser Terroranschauung. Und wenn das aber inszeniert, beziehungsweise, ja. Wenn wir nicht ehrlich informiert sind, dann ist es nicht nur ein kleines Detail, sondern dann muss man sagen, wir leben eigentlich dann in einem Zeitalter der Lüge, wenn wir nicht fähig sind, 9-11 aufzuklären. Und wenn wir so tun, als wenn es keine Rolle spielt und gleichzeitig ist die Bundeswehr in Afghanistan, das heisst, Deutschland befindet sich im Krieg und das ist jetzt so. gewisse Leute glauben, das ist nicht so. Ja, dann geben sie ein, Bundeswehr und Afghanistan und dann haben sie Berichte. Natürlich, das ist eine kleine Einheit, die in Afghanistan ist, aber das ist Krieg. Und jetzt sage ich, es ist falsch, wenn man seine, seine jungen Männer in ein anderes Land schickt und dann einfach vergisst. Ja, das ist das Letzte, was man tun kann als Volk, sondern man sollte dann sich erinnern, ach ja, wir führen ja Krieg und dann müsste man sagen, wie wird denn das überhaupt aus der öffentlichen Debatte rausgehalten und das ist wieder das Gleiche, die Medien berichten nicht darüber. Die berichten einfach nicht über diesen Krieg. Und dann kann man zeigen, dass etwas aus dem Gedächtnis wie rausgetilgt wird, weil nicht darüber berichtet wird. Und das funktioniert hervorragend und man kann es aber bei sich selber sozusagen testen und sagen, das wusste ich eigentlich, wenn ich jetzt einen Kollegen frage und ich frage, du, ist Deutschland im Krieg? Sagt er ja oder nein? Und die meisten sagen nein, weil hier, wenn ich rausgehe, ist ja, da kann man shoppen gehen und es gibt keine Landminen und nichts Krieg. Aber man ist ja auch im Krieg, wenn die eigenen Soldaten in einem fremden Land sind und dort auch Menschen töten. Also es ist nicht jetzt Theorie. Und ich habe eben mit verschiedenen Bundeswehrsoldaten gesprochen und auch per Mail oder nach den Vorträgen und für sie ist es schon erstaunlich, dass man die Terroranschläge vom 11. September nicht genau aufklärt, weil das war ja damals sozusagen der Grund, warum sie überhaupt nach Afghanistan gefahren sind. Und das sind auch immer mehr amerikanische Architekten und Ingenieure, das hier heissen Architects and Engineers for 9-11 Truth, die sagen, das kann ja nicht sein, da werden unsere Bürgerrechte eingeschränkt und die Militärausgaben werden erhöht und unsere Armee wird irgendwie nach Afghanistan und Irak geschickt und den Auslöser darf man nicht untersuchen. Das macht keinen Sinn. Ja. Ja, es ist schon, und ich sehe das jetzt auch mit dem Corona, es ist dasselbe. Also wenn man sich da mit den Themen tiefer beschäftigt, dann finden wir da auch relativ schnell die Wahrheit heraus und ja, da sehen wir im Prinzip, ja, es ist im Prinzip dasselbe Frame, also sie inszenieren was, muss man sich natürlich jeder ein bisschen auch selber mit beschäftigen und aufgrund dessen machen sie halt Dinge, Maßnahmen und so weiter und da müssen wir schon sehr, sehr wachsam sein, sage ich mal. Ich denke auch, also bei Corona ist es jetzt mal so, den Virus gibt es, natürlich, es gibt den Virus. Das ist doch schon komisch. Ja, den Virus gibt es, sage ich so, und es gibt Tote, aber ich finde zum Beispiel Sucharit Bak, die hat sehr gut erklärt, dass, wenn jetzt einer als Corona Toter zählt, dann heisst es einfach, dass er PCR-positiv ist, ja, und das heisst, Virusfragmente wurden in seinem Körper nachgewiesen, aber es bedeutet nicht, dass der Virus die Ursache für seinen Tod ist, es kann auch eine andere Ursache haben und Püschel, ein Arzt aus, ich glaube Hamburg, hat dann auch gesagt, ja, also das sind viele andere Ursachen, die wir hier bei den Toten sehen und das heisst, man muss genau hinschauen, an oder mit Corona gestorben, das ist mal die erste Schwierigkeit für den Historik, weil wir sind ja keine Chirurgen, wir können da nicht die Menschen aufschneiden und uns ein Bild machen, sondern wir müssen zuerst mal zur Kenntnis nehmen, dass das, was man als Corona Tote bezeichnet, nicht alles Menschen sind, die nur wegen Corona gestorben sind, ja, es gibt solche darunter, aber nicht alle sind jetzt einfach nur wegen Corona gestorben, sondern das ist eine Kausalität, da gibt es verschiedene Faktoren. Und dann der zweite Punkt ist dann der, dass ich mir sage, okay, natürlich, es tut mir leid, das Mitgefühl für die Menschen, die gestorben sind oder Menschen, die einen schweren Verlauf haben, das hört man ja auch, es gibt Menschen, die einen schweren Verlauf haben und das tut mir leid, das ist wirklich, ich verstehe Menschen, die in der Corona Angst sind, ja, aber, was mir dann auffällt, ist, dass ich sehe, jetzt werden andere Themen völlig ausgeblendet, zum Beispiel Verkehrstote, angenommen, man hätte jetzt acht Monate über die Verkehrstoten gesprochen, dann ist ja dort auch unser Mitgefühl gefordert, das ist jetzt aber überhaupt nicht da. Oder man spricht über die Hungertote, ja, kein Thema, Hungertote, die sind halt nicht in Deutschland, nicht in der Schweiz und nicht in Österreich, also die sind halt irgendwie im globalen Süden oder wo auch immer, das interessiert dann einfach nicht. Aber die Achtsamkeitslehre sagt eigentlich, wir sind eine Menschheitsfamilie, alle gehören dazu, es gibt nicht jetzt ein Corona-Toter in der Schweiz, ist nicht mehr wert als ein Hungertote in Äthiopien, sondern das sind alles Mitglieder der Menschheitsfamilie, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, wenn wir dann ganz ehrlich darüber nachdenken, wie könnten wir es besser machen und diese Reflexion ist auf jeden Fall richtig und ist auch wichtig, also es ist nicht so, dass ich das schade finde, dass wir jetzt so eine tiefgreifende Reflexion haben über wie könnten wir es besser machen, aber wenn wir in diese Reflexion reingehen, dann sollten wir die ganz verschiedenen Formen von Leiden sehen, die es gibt, also auch die Kriegstoten, also die Menschen, die eine Million sind im Irak gestorben, in der Schweiz haben wir jetzt 2400 Corona-Tote, also da sage ich immer, ja, aber die eine Million im Irak, das bedeutet doch, wir müssten uns mehr an das UNO-Gewaltverbot halten, das wäre doch ganz, und keine Rüstungsexporte, das wäre doch offensichtlich, also wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir wacher werden als Menschheitsfamilie, und andere sagen, ja gut, also wenn es jetzt um Viren und Bakterien geht, dann müssten wir meiner Meinung nach die Schlachthöfe, oder die Tierfabriken, die müssten wir schliessen eigentlich, weil wir wissen ja, in den Tierfabriken sind die Tiere so eng beieinander, dass man immer Antibiotika geben muss, dass die nicht krank werden, aber wenn man immer Antibiotika gibt, dann werden sich natürlich superresistente Keime entwickeln, das ist ja wie ein Trainingslager für Bakterien, und die Bakterien haben Zeit, das ist denen egal, ein paar Millionen Jahre, die brauchen gar nicht so lange, aber dann denken wir, warum tun wir das? Die Tierfabriken, wir müssten dann eigentlich nur noch Biofleisch haben, wo wirklich die Tiere sich bewegen können, und wo man ohne, das heißt, ich glaube, wir sind jetzt mitten in einem solchen Prozess, wo wir uns überlegen, wie soll denn die Welt im 2021 fortfolgende Jahre aussehen, und mein Impuls oder das, was ich hereingeben möchte, ist wirklich, dass die Achtsamkeit nach innen und die Achtsamkeit nach außen wirklich verdoppelt, hätte ich jetzt mal gesagt, das ist möglich, jeder kann die eigene Achtsamkeit verdoppeln, das ist eigentlich das Ziel meiner Bücher, meiner Vorträge und auch vom Online-Kurs, wie kann man die eigene Achtsamkeit verdoppeln, weil jeder hat sie eigentlich schon, das ist nicht etwas, das man jetzt noch kaufen muss, man hat das schon, aber man kann es trainieren. Weil ja auch dadurch sich ein Frieden einkehrt, oder? Ja. Also bei sich im Inneren, wenn man das trainiert, dann wird man einfach ruhiger und friedlicher und hat natürlich auch eine Wirkung nach außen und was ich noch kurz sagen wollte zu denen, was wir, was jetzt auch so im Kongress ziemlich deutlich rausgekommen ist, dass die Medien einfach einen unglaublichen Einfluss haben auf das, wie wir halt denken und fühlen und dann letztendlich auch handeln und wir da, ja, also ich gucke eigentlich fast kein Fernsehen mehr oder die Tageszeitung, weil mich... Gute Idee, gute Idee. Weil mich das einfach immer, ja, genervt hat, was die, weil die halt immer Angst und Panik verbreiten und sie letztendlich ja auch jetzt mit Corona eigentlich nur die positiven Tests als Infizierte verkaufen, aber letztendlich haben sie, haben die Tests, die getestet sind, überhaupt keine Symptome. Viele, nicht alle, man muss es auseinander... Also der PCR-Test, in der Schweiz ist das auch so, also im Januar wusste ich noch gar nicht, was ein PCR-Test ist, jetzt haben wir alle eine steile Lernkurve und wir wissen was, Polymerase-Kettenreaktion, oder? Aber dieser PCR-Test kann im Körper Virusfragmente oder ganze Viren feststellen. Das ist so. Jetzt ist es aber wichtig zu verstehen, dass der Mensch ein Immunsystem hat und wenn unser Immunsystem den Virus schon K.O. geschlagen hat, wie im Boxkampf, also Knockout, dann sind noch Virusfragmente da. Virusmüll. Und der PCR-Test, weil er so sensibel ist, weist auch Virusmüll nach. Das ist aber, der Körper hat das Problem eigentlich schon gelöst, aber der Kopf kommt dann in große Aufregung und denkt, ah, ich bin PCR-positiv. Jetzt heisst es nicht. Ja, das ist natürlich, das müsste man wirklich immer wieder erklären und sagen, der PCR-Test kann Viren, aber auch Virusmüll nachweisen. Und Virusmüll ist nicht gefährlich. Also das ist kein Problem. Das müsste überhaupt nicht interessieren. Und die Frage, die man sich ja dann wieder stellt, ist ja, warum machen die das alles mit, beziehungsweise warum die Politiker, bei uns in Deutschland, RKI und so weiter, Drosten, Wieler, die, ja, erzählen ja immer dasselbe und man fragt sich ja, warum hören Sie Bakti nicht oder diese ganzen, ich sage mal, kritischen Stimmen. das ist schon Also ich glaube, ich so wie ich es verstehe, ich bin ja wirklich nur Beobachter, ich bin nicht Arzt, ich bin Historiker, aber ich sehe halt, dass zum Beispiel ein Drosten, der den Test ja entwickelt hat, dass er natürlich sagt, ja, nur wer wirklich PCR-positiv ist, kann auch einen schweren Verlauf haben. Da hat er natürlich recht. Also er sagt, ja, ich will mal zuerst sehen, wer überhaupt PCR-positiv ist. Und wenn man PCR-negativ ist, dann hat man den Virus eh nicht in sich, also kein Problem. Von denen, die PCR-positiv ist, sagt er dann, will er herausfinden, welche haben einen schweren Verlauf. Und die gibt es ja auch. Und es gibt auch solche, die sterben. Und da sage ich, okay, ich kann schon verstehen, dass man mal ein so großes Netz aufspannt, ja, und dann hat man einen großen Fang gemacht, nämlich die ganzen PCR-positiven. Und die müssen dann auch in Quarantäne und so. Aber für mich ist natürlich die Menschen, die ohne Symptome sind, die eigentlich gesund sind, aber PCR-positiv. Bei denen, entsteht ja dann auch ein Unrecht, weil die müssen in Quarantäne, sind aber nicht krank. Und ich glaube aber nicht, dass man dann Drosten einen bösen Willen unterstellen kann, weil ich versuche immer als Historiker in den Kopf reinzugehen, von dem, der etwas macht. Also wenn ein amerikanischer General in Vietnam Napalm abwirft, denkt man, wie kann er nur? Aber der Punkt ist, der amerikanische General wirft das Napalm ab, weil er die ganze Bevölkerung in Vietnam in Angst und Schrecken versetzen will, weil er den Sieg gewinnen will. Oder dann habe ich herausgefunden, dass die CIA die Flugzeuge, als sie Kuba bombardiert haben, mit den kubanischen Kennzeichnen angemalt haben. Zuerst, das ist ein Täuschungsmanöver, Force Flag Operation. Warum macht man das? Weil sie wollten halt die Geschichte verkaufen, dass die kubanischen Piloten ihr eigenes Land bombardiert haben. Das sind alles so Techniken und ich versuche mich immer reinzusetzen und dann versuche ich mir hereinzusetzen, was will denn ein Drosten? Und ich, also vielleicht mache ich mich nicht sehr unbeliebt, wenn ich das sage, aber ich habe schon das Gefühl, er will diesen Virus bekämpfen. Ich glaube, nach bestem Wissen und Gewissen will er das machen. Ich kann es nicht sicher sagen, wie er tickt. Ich habe ihn noch nie getroffen. Aber ich glaube, seine Idee ist, wir testen und testen und testen mit diesem PCR-Test und dann werden wir herausfinden, wo der Virus in etwa ist. Aber ich weiß, die Meinungen gehen auseinander. Es gibt auch solche, die sagen, er hat eine böse Agenda, aber ich weiß es nicht, weißt du? Ich weiß es nicht. Das ist ja auch voll okay. Also jeder darf ja auch wirklich seine Meinung äußern und ich finde, ich finde, also ich mache das immer, ich höre mir auch alle Meinungen an und versuche da relativ neutral zu bleiben, weil sonst kriegt man ja nur teilweise Wut und Angst und da ist es auch weg und so und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da relativ gelassen neutral rangehen. Ja, also auch, weißt du, eine Technik, wenn wir jetzt sagen, die eigene Angst abzusenken ist, zum Beispiel, in der Schweiz haben wir Bilder gesehen von der Intensivstation, also Menschen, die wirklich richtig schlecht dran sind und dann gleichzeitig wurde vorne dran die Zahl der neuen Fälle eingeblendet und das ist einfach manipulativ, das ist hochgradig manipulativ, das passiert auch in Deutschland und in den USA, weil die Menschen sehen die Zahl und denken, ah, all diese Menschen müssen in die Intensivstation, das stimmt überhaupt nicht, sondern, ja, das wird im Kopf verknüpft, das ist das Gleiche mit den Massenvernichtungswaffen und dem Irak, dann werden alle Iraker oder alle Afghanen sind dann Terroristen nach 9-11 und so, das sind diese, da wird wirklich, das differenziert analysieren, wird ausgeschaltet, absichtlich und dann wird die Angst gefördert und da sage ich, das sollten wir aufhören, also die Medien sollten auch nicht von Kranken oder von Infizierten schreiben, sondern von positiv Getesteten und krank ist jemand erst, wenn er wirklich Symptome hat, ja, aber PCR getestet, positiv getestet, ohne Symptome ist noch nicht krank und diese Dinge auseinander zu halten ist sehr wichtig, um die Angst zu senken und ich denke, die Nummer geht ja noch eine Zeit lang, also wir müssen jetzt schauen, wie ist die Auslastung der Spitäler, wie viele Menschen sterben, wie geht es mit den Freiheitsrechten, wie geht es auch den Kindern, ja, was tut die ganze Sache den Kindern an, also wir sind in einer riesengroßen Übung und ich hätte, Steffen, das muss ich dir wirklich sagen, ich hätte nie gedacht, dass dieses Thema Achtsamkeit so wichtig wird, es ist für mich jetzt unglaublich wichtig geworden und ich finde es darum wunderbar, dass du diesen Kurs machst und ich hoffe eigentlich, dass die Menschen dann natürlich profitieren und nach außen wach werden, aber auch nach innen, das muss beides sein. Ja, ich kann auch nur deinen Kurs empfehlen, weil der, ich habe den auch teilweise ein bisschen verfolgen können, die, ja, es ist einfach, ich meine, Achtsamkeit gibt es ja schon ewig, ne? Zeit es den Menschen gibt. Jetzt diese Zeit, tatsächlich wir im Kongress haben wir jetzt auch viel über diese innere Wahrheit gesprochen, diese Innenschau und haben auch ganz viele tolle Gespräche geführt, wie man, wie man wieder dahin kommt und das ist so wichtig, weil wir dadurch einfach ein ganz anderes, ja, Bild von uns wieder bekommen, aber auch von der Welt und einfach die, die Dinge, ja, achtsamer und auch so ein bisschen wachsamer und gelassener bearbeiten und beobachten können. Wir sind leider schon am Ende, Daniele, fast am Ende. Alles gut, alles gut. Ich wollte nochmal fragen, wie siehst du das denn, gerade in den USA mit den, mit den Wahlen? Hast du da, ja, wie ist so deine Beobachtung? Ja, ich sehe natürlich, dass das Land in der Krise ist. Das sieht jeder, das sieht ein Blinder, ja, also das ist ein so gespaltenes Land zwischen Republikanern und Demokraten. Ich werde dann auch gefragt, ja, sind diese Wahlen jetzt fair abgelaufen oder wurde da, wurde da manipuliert und das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Also ich kann das nicht, ich bin hier in der Schweiz, ich habe jetzt auch nicht die Details, was da genau läuft. Ich sehe die Vorwürfe, Vorwürfe gibt es viele, aber ich kann jetzt nicht sagen, was da wirklich passiert ist. Ich sage, was sicher ist, ist sowohl Demokraten als auch Republikaner führen Krieg. Das habe ich viel zu wenig gesehen in der Debatte. Man hat hier einfach so ein bisschen gesagt, ja, die einen sind die Guten und die anderen sind die Schlechten und je nach Medien, ja, also die einen, zum Beispiel Fox News sagt, die Republikaner sind gut und CNN sagt, die Demokraten sind gut und da kann man einfach zeigen natürlich, wie dieses, wie eigentlich ein Medium sehr oft eine Grundhaltung vertritt und da muss ich sagen, wichtig wäre, dass beide Parteien das Gewaltverbot achten. Das wäre eben wichtig. Und wenn man die Geschichte zurückgeht, haben beide Parteien das Gewaltverbot immer wieder missachtet. Was ich interessant finde, ich habe mit jemandem gesprochen, der hat sich mit Trump mal so ein bisschen beschäftigt und der hat gesagt, ich habe das selber nicht prüfen können, aber der hat gesagt, dass Trump keine Einsätze befohlen hat beziehungsweise diese ganzen kriegerischen Dinge, die vor Trump waren, hat er, ja, beziehungsweise er ist irgendwie so ein bisschen mehr für den Frieden, habe ich das Gefühl. Das finde ich gut. Ja, das fände ich natürlich auch gut. Es ist aber so, dass Obama zum Beispiel hat Syrien bombardiert und Trump hat dann auch Syrien bombardiert, aber es war nicht sein Krieg, den er angefangen hat, sondern er hat den eigentlich übernommen von Obama oder den Afghanistan-Krieg, der hat Bush angefangen. ein republikanischer Präsident und Trump hat den weitergeführt, das heißt nicht eigene Kriege gestartet, aber es ist ihm auch nicht gelungen, in vier Jahren alle Truppen nach Hause zu holen. Also er hat eigentlich diese Idee, dass er die amerikanischen Soldaten aus diesen Kriegen völlig raushält, das hat nicht funktioniert. Er hat Trump, wenn man genau hinschaut, auch versucht, in Venezuela, Madura zu stürzen, das hat nicht funktioniert, das ist aber auch ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot, schon der Versuch, eine Regierung zu stürzen, ist jetzt vielleicht nicht so in Erinnerung bei den meisten Menschen, aber das war 2019 ein Versuch von Trump, die Regierung in Venezuela zu stürzen. Er hat zudem auch noch die Militärausgaben in den USA sehr stark erhöht. Das machen immer Demokraten und Republikaner beide, die sind jetzt bei 740 Milliarden Dollar, das sind zwei Milliarden pro Tag und auch im Repräsentantenhaus, das ja von Demokraten beherrscht wurde in der Trump-Administration, die haben auch für diese Erhöhung gestimmt. Das heisst, mich dünkt eine gewisse Konstanz ist da, dass sowohl Demokraten wie auch Republikaner und dass auch Trump wie vor ihm Obama eigentlich dem imperialen Kontext dienen. Ich sehe jetzt das nicht so, dass Trump sozusagen das Imperium gestoppt hat, aber ich weiss, es gibt diese Diskussion und man kann sicher hier auch in diese Richtung argumentieren. Du bist ja auch, also als Historiker, ja, macht man das ja auch eigentlich Jahre später, sage ich mal, dass man das aufschlüsselt, aufdrüsselt. Ja, also die Bilanz von den vier Jahren Trump, die ist man jetzt natürlich schon am Machen, dass man am Schauen, was hat er gemacht, hat er ein neues Land angegriffen? Ich meine, Obama hat Libyen angegriffen, hat er einfach gemacht, das läuft zum, und Bush hat Afghanistan angegriffen und hat Irak angegriffen und Clinton vor ihm hat Serbien angegriffen und Bush Senior vor ihm hat Panama angegriffen und in Kuwait interveniert. Also das ist eigentlich eine Serie von Präsidenten, die immer mindestens ein Land angegriffen haben und da kann man sagen, Trump hat das nicht gemacht. Er hat versucht, in Venezuela die Regierung zu stürzen. Jetzt kommt er darauf an, wie man das wertet. Sagt man, ja, das ist aber auch ein Angriff. Ja, wenn man will, ja, es ist ein Angriff. Und dann wird man Trump kritischer sehen oder er hat auch Syrien bombardiert, das hat er gemacht. Da kann man sagen, ja, wie soll man das werten? Er hat das zusammen, ja, mit den Generälen gemacht, die eben schon lange diesen Krieg führen und diesen Krieg eigentlich unter Obama begonnen haben. Und dann ist der Historiker in einer Abwertung. Wenn er die Fakten mal hat, ja, muss er sich fragen, wie ist das zu gewichten? Ist jetzt Trump außenpolitisch, ich spreche gar nicht innenpolitisch, ist er außenpolitisch eine Kraft für den Frieden? Weil zum Beispiel er ist nach Nordkorea gefahren, hat dann zuerst gesagt, Rocketman is dangerous und so und danach hat er gesagt, we fell in love. Und er hat einfach gesagt, ja, es gibt keine Probleme mit Nordkorea, wir sind beste Freunde. Und das ist ja eigentlich deeskalierend. Das ist eigentlich viel besser, als wenn man Krieg mit Nordkorea führt. Das heißt, über die Erstenpolitik von Präsident Trump vom Jahre 2017 bis 2020, das sind diese vier Jahre, über das wird sicher noch viel geforscht. Das ist so. Das ist ein spannendes Thema. Hast du noch vielleicht einen Tipp, fällt mir gerade ein, weil es gibt ja unglaublich viele, ich gehöre auch dazu, der sich, der ganz viele, also ich habe viele Interessen und hast du einen Tipp, wie man sozusagen ja auf die Wahrheit kommt, also der, wenn man recherchieren möchte, wenn man, weil es gibt ja unglaublich viele Stimmen, unglaublich viele Meinungen. Wie setzt sich das zusammen? Wie gehst du da vor? Also der Haupttrick ist, alles prüfen, das Beste behalten. Also das ist jetzt nicht eine schnelle Abkürzung, aber es ist einfach so, es gibt sehr viel Material und das, was auch sehr wichtig ist, ich habe früher an der Universität unterrichtet und habe dann auch die Studenten, die Arbeiten korrigiert, etc. Man muss eine klare Fragestellung haben. Also wenn man keine Fragestellung hat, dann kommt man auch nicht zu einer Antwort. Man kann zum Beispiel, um bei unserem Beispiel zu bleiben, war Trump eine Kraft für den Frieden oder für den Krieg? Ja, das ist eine Fragestellung und dann kann man die vier Jahre nehmen und dann kann man das durch die Fakten sammeln und es ist auch okay, wenn das einer so beantwortet und einer so, aber die Fragestellung muss klar sein. Das heisst, das, was sehr oft passiert, ist, dass die Menschen nur durch ihr Interesse geleitet ins Internet gehen oder in ein Buch gehen, noch gar nicht genau wissen, was sie wollen und dann driften sie von Hyperlink zu Hyperlink und es ist kein klarer Fokus. Das heisst, wenn man sich jetzt zum Beispiel interessiert für Permakultur, Tomatenanbau, dann soll man eben dieses Wort Permakultur und Tomatenanbau eingeben auf Google oder einer anderen Suchmaschine oder auch auf Google Books und dann in die Bücher oder auch auf YouTube und dann wird man sehr viel Material finden, aber das Wichtige ist, man muss die ersten zwei Begriffe, die muss man selber wissen. Also zum Beispiel Achtsamkeit, ja, Achtsamkeit, Achtsamkeitstraining, wenn einem das interessiert oder wenn es einem interessiert Ferrari, die Geschichte von Ferrari, es ist völlig egal, was einem interessiert, es ist einfach wichtig, dass man die Begriffe wirklich aus dem eigenen Interesse schöpft und dann dabei bleibt, weil das ist leider das, was viele verlieren. Sie haben einen Begriff und dann recherchieren sie eine halbe Stunde zu Ferrari und dann zu Trump und dann irgendwie zu Permakultur und da kommt nichts raus, da kommt nichts raus, man muss schon dranbleiben. Ich habe auch so viele Interessen, es kommen einfach auch so viele Dinge ans Licht, die mich interessieren, gerade auch, weil ich jetzt diesen Wahrheitskongress veranstalte und wie du sagst, das ist total interessant, weil ich das bei mir beobachte, wenn ich mich für ein Thema interessiere, dann kommen auf einmal, da ploppen dann andere Dinge hoch. Es ist wie immer überall ein Training, dass man dann auch fokussiert bleibt, dabei bleibt, damit man dann auch in der Tiefe und diesen Kern findet, was ist jetzt für mich die Wahrheit. Letztendlich gibt es wahrscheinlich unzählige Wahrheiten, jeder hat also seine Sichtweise auf die Dinge. Aber das ist ein... Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also alles, was man aufnimmt, ist ja dann Text, also auch hier dieses Gespräch ist Text. Der Text formt die Neuronen und man muss sich dann wieder entspannen am Schluss und das geht so, ganz einfacher Satz, glaube nicht alles, was du denkst. Okay, ich wiederhole es nochmal, glaube nicht alles, was du denkst. Weil dann kann man sehen, man ist nicht die eigenen Gedanken, sondern man hat verschiedene Gedanken, die kommen und die gehen. Wenn man sich mit einem Gedanken zu 100% identifiziert, dann wird das totalitär, dann wird das dogmatisch und dann wird das so, dass man sagt, ich habe alle richtigen Gedanken, du hast alle Falschen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du übernimmst alle Gedanken von mir oder ich muss dich töten. Und das... Ja, nein, aber Steffen, ich sage es dir, das hatten wir in der Geschichte, als sich Protestanten und Katholiken umgebracht haben. Ja. Wir hatten das in Nordamerika, da hat man gedacht, alle Indianer sind wilde und man hat sie umgebracht. Also ich spreche hier auf der Basis von historischer Evidenz. Und dieses Denken, dass man sagt, so ist es. Und da muss man jetzt halt die anderen umbringen. Das ist ja jetzt auch bei der Corona-Diskussion. Also diejenigen, die zum Beispiel bei der Corona-Angst eine 8 haben, die sind da nicht sehr tolerant. Und diejenigen, die bei der Diktatur-Angst eine 8 oder eine 9 haben, die sind auch nicht sehr tolerant. Und wenn diese zwei Gruppen gegeneinander gehen, das sehe ich leider, da muss man unbedingt deeskalieren. Und der erste Satz ist wirklich, ich glaube nicht alles, was du denkst. Also das geht ganz tief. Es gibt auch Sätze wie, dass Menschen denken, ich bin nichts wert oder niemand liebt mich oder ich muss viel Geld verdienen, dass ich geschätzt werde. All diese Gedanken, das sind einfach nur Gedanken. Man hat immer das Gefühl, die sind treffend und richtig und so, weil man sie schon lange hat. Aber zum Teil sind sie totaler Müll. Und indem man sich distanziert und sagt, ich bin Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und wieder vergehen. Ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin nicht meine Gefühle. Dann erst entsteht diese Entspanntheit und wir brauchen diese Entspanntheit. Es ist wirklich einfach viel angenehmer, wenn man sagt, ja, diesen Gedanken hatte ich einmal, aber ich habe ihn wieder verworfen. Ich habe ein besseres Argument. Das ist einfach viel entspannter, als wenn man sagt, nein, alles, was ich denke, ist die Wahrheit. Und wenn du es mir nicht glaubst, dann werde ich dir jetzt eine Stunde lang den Kopf volltexten. Und wenn du es dann immer noch nicht glaubst, muss ich leider töten. Also das ist dieses Dogmatische. Das sehen wir in den Religionskriegen. Das sehen wir auch, wenn jemand blind einer Autorität glaubt und sagt, ja, der Papst hat es gesagt oder die Süddeutsche Zeitung hat es geschrieben. Ja, schön und gut. Das ist alles eine Wortmeldung, aber wir werden immer verschiedene Meinungen haben. immer. Super. Ja, ich glaube, wir haben viel besprochen. Super, Daniel. Hast du, was ist so jetzt gerade dein aktuelles Projekt oder hast du, hinter dir sehe ich das Plakat Wahrheit, Mut und Liebe? Sind das so deine, oder was? Ja, das sind meine drei Werte. Also ich, jemand hat mir mal gesagt, ja, an was soll man sich denn orientieren? Welche Partei soll man denn wählen? Und wo soll man denn arbeiten? Welche Firma? Und so was, du bekommst Fragen, so viele Fragen und ich sage immer, ja, letzten Endes kann ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, diese oder jene Partei ist richtig und die anderen Parteien sind falsch, sondern man sollte eigentlich immer schauen, wie stark ist ein Mensch an seinen Prinzipien, an seinen Werten ausgerichtet? Das ist das Einzige, was Bestand hat. Und ich habe mir halt meine Werte gesetzt. Ich habe mir gesagt, Wahrheit, Mut und Liebe, das sind meine drei wichtigsten Werte. und dann mache ich das auch so mit einer Skala, dass ich sage, wie nahe bin ich jetzt dran? Also als ich eben diese Forschung zu WTC7 gemacht habe, musste ich mich natürlich fragen, wie sicher bin ich, dass das Gebäude überhaupt eingestürzt ist? Wenn du da einen Fehler hast, das wäre wirklich, das wäre dramatisch, weil ich bin 100 Prozent sicher, dass es eingestürzt ist. Und dann halt, ja, wie wichtig ist es, das jetzt öffentlich zu kommunizieren? Das braucht jetzt viel Mut. Wie viel Mut bringe ich auf? Und dann hatte ich mal mehr Mut, mal weniger Mut. Und dann gebe ich mir aber auch so innerlich so, ja, heute warst du mutig und hast da viele Probleme gehabt, aber du warst mutig, dann bin ich froh. Oder dann sage ich vielleicht, ja, war jetzt auch nicht so mutig, hättest du auch irgendwie klarer sprechen können. Und dann auch Liebe, also Liebe zu Menschen in Afghanistan, die ich gar nicht kenne, die aber umgebracht werden. Und da habe ich eben eine Empathie. Für gewisse Leute ist Liebe vielleicht zu stark als Wort, aber es ist Empathie, ein Mitgefühl. Menschen im Irak, ich war nie im Irak, aber es ist mir nicht egal, dass der Irak bombardiert wird. Und darum habe ich diese Empathie und darum bin ich in der Friedensforschung aktiv. Und das würde ich vielleicht den Menschen auch mitgeben. Orientiert euch nicht an, ja, an Konzernen oder an Parteien, sondern an Werten. Das ist für mich, das ist das Einzige, was läuft. Alles andere bricht zusammen. Ja, super. Kann man dein, gibt das deinen Kurs noch, diesen Achtsamkeits, was sag ich, Peace? Genau. Werde Peacemaker. Das war zuerst so gedacht, dass man den nur einmal buchen kann und dann ist weg. Und dann habe ich halt viele Mails bekommen, die gesagt haben, ja, also warum, warum ist das nur einmal und dann weg? Und dann habe ich gesagt, ja, kann man, habe ich mit den Leuten telefoniert, die das technisch umsetzen. Die haben gesagt, ja klar, man kann es auch so machen, dass man da immer einsteigen kann. Das sind ja 30 Lektionen zu 20 Minuten. Und jetzt haben wir es so eingestellt, dass man immer einsteigen kann. Also es ist nie weg. Es ist wie ein Buch eigentlich von mir. Mein Buch kann man auch immer kaufen und dann in den Ferien lesen, wenn man will. Oder man kann auch unterbrechen und mal nicht lesen. Und der Kurs ist auch so, den findet man auf meiner Webseite. Das ist der Online-Kurs und den kann man, ja, kann man immer machen, wenn man will. Ja, verlinken wir uns auch in der Video. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Kurs, finde ich. Vielen Dank. Wenn man diese Achtsamkeit auch lernt. Genau. Das ist mein Hauptziel im Moment, die Achtsamkeit zu stärken. Und zwar äußere und innere. Das sind ja zwei Dinge. Also, ah, da ist ein drittes Gebäude zusammengeschürzt. Ah, interessant. Oder nach innen. Ah, meine Corona-Angst ist gerade bei vier und jetzt ist sie auf sieben. Warum ist die plötzlich auf sieben? Ah, ich habe das geschaut. Ich habe das gehört. Ja. Und wie dankbar können wir sein, dass es diese Möglichkeiten gibt jetzt, diese technischen Möglichkeiten. Da können wir unglaublich viel dankbar sein. Unglaublich. Weil, ja, man kann einfach so viele Menschen erreichen auch damit. Natürlich mit dem Buch auch und so weiter. Aber durch diese Digitalisierung ist das, ich finde das immer wieder krass, was alles so möglich ist. Genau. Und das ist ja wieder, das fällt so wie in zwei Lager. Die einen sagen, ja, die Digitalisierung wird uns versklaven. Am Schluss haben wir Orwell 1984, oder? Wir werden einfach, wir werden geknechtet und gechippt und werden untergehen. Und vielleicht, ja, der Historiker weiss das nicht. Ich schreibe dann einfach mit. Und die anderen sagen, ja, nein, mit der Digitalisierung haben wir jetzt die Chance, so viele Lehrer zu wirklich ganz, ganz, ganz tiefen Kosten zu jedem zu bringen. Also, so viele Lehrer waren vermutlich noch nie im Einsatz. Kann man sagen, ja, warum reden alle und so? Aber es ist eben trotzdem wertvoll. Also, ich schaue halt gern Sucharit Bhakti auf YouTube an und das wäre nicht möglich gewesen. Und ich, auch Streeg, ich schaue mir dann, ich merke mir Vorname, Nachname und dann gebe ich die ein und dann schaue ich mir das aber auch zwei Stunden an. Ich mache nicht nach zehn Minuten, oh, mir ist langweilig, ich brauche Fussball, sondern ich konzentriere mich dann auch und höre einem Lehrer zu, den ich als Lehrer einstufe, den ich als glaubwürdig, ehrlich und erfahren einstufe. Und da sagst du ganz richtig, die Digitalisierung hat den Zugang zu Lehrern ermöglicht, die wir einfach überhaupt nicht hatten früher. Wir hatten alle viel mehr Lehrer, alle, wir unterrichten uns untereinander, also ich, dich, du, mich, du, deine Freunde, ich, meine Freunde und es ist völlig freiwillig und die Kosten, Entschuldigung, die Kosten sind extrem tief. Einer hat mir gesagt, er spielt gerne Didgeridoo, also dieses lange Rohr, ich kann das nicht. Und dann hat er mir gesagt, sein Lehrer, sein bester Lehrer, der ist in Australien, aber er schaut ihn über YouTube. Also das ist ja, kannst du Didgeridoo-Lehrer aus Australien, die anhören? Oder ich habe, letztes Beispiel, ich habe einen Wasserhahn im Garten gehabt, der hat getropft. habe ich gedacht, ja, wie mache ich jetzt das? Da muss ich einen neuen Hahn montieren und ich bin jetzt nicht der Handwerker, ja? Und dann habe ich einen neuen Hahn gekauft und ich habe den eingeschraubt und dann stand er so schräg, ja? Weil irgendwann schlägt ja das Gewinde an und dann geht es halt nicht ganz auf, dann steht der Hahn so schräg. Ja, so schräg will ich ja nicht. Wenn du ihn aber zurückdrehst, dann kommt das Wasser dazwischen raus. Ich sage, da gibst du ein auf YouTube, Wasserhahn und Garten und dann hast du den Peter Müller, weiss ich was, der erklärt dir das. Der sagt, ja, da musst du Hanf darum wickeln, ein bisschen Paste drauf und vorher musst du es reindrehen, die Umdrehungen zählen und eben nicht mehr die letzte halbe Drehung machen, sondern dann dort stoppen, wo er es senkrecht. Genau so habe ich es gemacht. Da war mein Lehrer, der wusste gar nicht, dass das mein Lehrer war und ich habe ihm auch nur eine Stunde zugehört oder eine halbe. Aber er hat mir geholfen und ich denke, das ist die Digitalisierung auch. Sie ist eine Zeit der Lehrer, wo wir uns gegenseitig unterrichten und ich glaube, die Menschen möchten auch, sie haben ein ganz tiefes Bedürfnis, sich gegenseitig zu helfen. Also das ist so, wir sind so. Trotzdem vielleicht nochmal so als Abschluss, was auch natürlich vor allem jetzt auch ganz, ganz wichtig ist, sich wieder zu umarmen und zu begegnen. Ja, sehr. Diese Nächstenliebe sozusagen auch zu spüren, dass man in diesem Feld ist miteinander. Das ist ja für mich als auch sehr mitfühlenden Mensch ist das total eine, im Prinzip eine schlimme Zeit, aber ich nutze auch die Zeit, aber trotzdem so, wenn man wieder jemandem begegnet und ihn umarmen kann, ist es einfach auch, ja, das ist so schön und da müssen wir versuchen, alles dran zu setzen, wieder hinzukommen. Ja, auf jeden Fall. Wir können nicht einfach nur vor Computern sitzen. Das geht nicht. Das tut uns nicht gut. Wir brauchen die körperliche Nähe. Da bin ich absolut bei dir und vielleicht entsteht auch jetzt eine grössere Wertschätzung wieder für die direkte Begegnung, für den Augenkontakt, für die Umarmung, für das gute Gespräch. Also das kann alles kommen. Ich bin wirklich gespannt, was 2021, 2022, 2023 passiert, weil es sind eindeutig Zeiten des Wandels. Also das ist ganz eindeutig so und ich kann nicht sagen, wo es hingeht, aber ich hoffe, es geht in Richtung der Achtsamkeit. Ja, und diese Zeit zu nutzen, auch wenn man jetzt vielleicht im Lockdown ist oder so, kann man diese Zeit halt auch gut mit diesen Dingen nutzen. Absolut. Also plötzlich hat man mehr Zeit und dann kann man sich fragen, ja, was steht an? Was steht wirklich an? Oder man muss ein schönes Buch lesen. Ah, du, das habe ich auch schon gesehen. Das ist ein interessantes Buch. Gut, es steht wenig über Achtsamkeit drin. Es steht viel darüber drin, dass wir uns nicht töten sollten. Auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ein ganz guter Mann geschrieben. Ja, gerne. Also ja, diese Sendung ist mit Produktplatzierung. Daniele, ich danke dir. Es war mir eine Freude. Es war mir eine Freude, Steffen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugesehen habt. Ja, ja. Ja, macht's gut. Macht's gut. Daniele, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Steffen.